Steuerberaterin Rosemarie Schmidt und ihr Team stehen Ihnen mit exzellentem Fachwissen in der Steuerberatung bei Steuererklärungen, in der Finanzbuchhaltung der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung zur Seite. Spezialgebiet der Kanzlei ist die strategische Beratung, unter anderem die Betreuung von Grenzgängern, die in der Schweiz arbeiten, Wochenaufenthaltern und Rückkehrern. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage grenzgängerberatung-schweiz.de. Zusätzliches Spezialgebiet ist die gezielte Ärzteberatung. Steuerberaterin Rosemarie Schmidt und ihr Team freuen sich auf Ihren Anruf.